Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir aus Österreich eingetroffen die Yoga Junkies Box. Also wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen die August Ausgabe auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt und ja, vielen vielen Dank an Hannah und Tyler. Ich finde, das ist total großartig. Das ist tatsächlich jetzt auch eine bezahlte Kooperation, wie ich das auch schon im letzten Video erwähnt habe. Einfach um ein bisschen transparent zu bleiben, möchte ich das einfach immer wieder jetzt auch erwähnen. Ich schreibe es auch unten in die Infobox und da steht ja auch irgendwo, ne, also man kann es anklicken, wenn es eine bezahlte Kooperation ist, dass es auch eingeblendet wird. Und die Box erscheint monatlich, kostet 49,99 Euro, wenn du die einzeln bestellst, also wenn du keine Mitgliedschaft hast. Wenn du eine Mitgliedschaft abschließt, also quasi auch regulär, dir jeden Monat die Box dann zuschicken lässt, kostet die Box 10 Euro weniger, also 39,99 Euro. Und mit dem Code Claudi10, den ich hier mal einblende, kannst du 10% auf deine erste Box sparen. Das heißt, je nachdem, ja, ob es dann halt eine Abo-Box ist oder eine Nicht-Abo-Box, 4 oder 5 Euro, was ich total gut finde. Du hast in dieser Summer Breeze Edition, die wir jetzt hier im August haben, einen Warenwert von 130 Euro drin. Und da bin ich super gespannt. Es kam ein großer Karton bei mir an, wo auch ein paar Produkte neben der Box lagen, die halt nicht in die Box reingepasst haben. Die gucken wir uns gleich auch mal an. Und, ähm, ne, das hier ist übrigens die Juli-Box und nicht die August-Box. Ich hab mich vertan, es tut mir leid. Es ist heute der erste August, wo ich das Video drehe, deswegen bin ich noch auf August getrimmt, irgendwie so ein bisschen kopfmäßig. Es ist die Juli-Box. Genau, Juli-Box. Juli-Box. So. In der Box drin haben wir vegane Produkte aus dem Bereich Beauty und Food. Dann haben wir auch noch Lifestyle-Produkte drin. Schmuck ist hier auch ab und zu mit dabei, was ich echt cool finde. Dann auch so etwas spirituellere Produkte, die man halt auch verwenden kann, wenn man einfach vom Alltagsstress runterkommen möchte oder einfach mit Yoga entspannen möchte. Da entsprechende Hilfsmittel. Und, ähm, ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was sich hier in der Box befindet. Die, äh, kommt hier in so einer schönen, wiederverwendbaren Verpackung. Finde ich echt gut. Ich verwende das gerne als Versandkarton tatsächlich. We come, we flow, we love. Ist hier das Motto von der Yoga-Junkies-Box und auch von den Yoga-Junkies an sich. Ich verlinke euch auch mal unten in der Infobox alle Kanäle und so weiter. Ja. Und hier steht halt, wie man sein Unboxing am besten gestalten könnte. Ich mache es auf die Claudie-Art und Weise. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. Und, äh, ja, es sieht bunt aus. Das ist schon mal klasse. Bunt ist immer gut für mich. Wir haben hier auch ein Heftchen, wo drinsteht, was drin ist. Und da ist schon mal eine sehr entspannte Lady. Und, äh, da meditiert sie. Und hier eskaliert sie. Also, ich wäre stolz, wenn ich sowas könnte. Ich kann das nicht. Wie soll man das hinkriegen? Da muss man schon... Also, ich habe eine Freundin, die das kann. Die liebe Sandra. Die ist echt eskalativ, was das angeht, ne? Aber ich... Meine Mom macht ja zum Beispiel auch Yoga. Also, das ist echt so eine Sache mit der Beweglichkeit. Ne? Ich glaube, ich müsste auch mal Yoga anfangen. Aber ich weiß nicht, wo man sowas bei uns in der Nähe machen kann. Egal. Ich müsste es auf jeden Fall mal anfangen. Wäre sinnvoll, nicht nur um runterzukommen, sondern auch einfach um beweglich zu bleiben. Summer Breeze Edition. Deine Summer Breeze Box wurde als Hommage... Hommage? Hommage... Sie ist die perfekte Box, um einen Tag am Strand zu genießen oder für, wenn du einen schönen Weg in der Natur entlang spazierst. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Boah, die riecht übrigens gerade richtig geil nach Rose. Boah. Wofür auch immer du sie gerne verwenden möchtest, du hast deine wichtigsten Utensilien nun immer auf stylische Art und Weise bei dir. Wir schicken dir viel Liebe, Hannah und Tyler. Und hier haben wir den sommerlichen Reisnudelsalat mit Tahiti Dressing für zwei bis drei Personen Portionen. Finde ich interessant, werde ich mir mal anschauen. Lecker, wenn man jetzt so heute Abend grillen wird tatsächlich auch. Es ist heute am 1.8. es ist richtig warm draußen, deswegen sitze ich hier auch gerade im Sommerkleidchen. Also es wird richtig krass heute und deswegen bin ich ganz froh, dass ich die Box jetzt hier habe. So, wie schon gesagt, ich habe hier eben dran schnuppern können. Es riecht super krass schön nach Rose. Es riecht super angenehm. Also so ein sanfter, samtiger, pudriger Rosenduft kommt hier so raus. Aber ich wollte mir zuallererst mal anschauen, was ich quasi außerhalb der Box gefunden habe. Und zwar haben wir hier Strudels, Pasta Straws. 100% biodegradable Weed and Water. Eine Stunde kannst du die benutzen. Ach, guck mal. Da sind 130 Gramm drin. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. 12 Drinking Straws made from Durum Wheat Semolina Pasta. Also das sind Strohhalme aus Nudeln. Also ich habe ja schon viele. Also, ne? Also, wir wollen ja alle weg von diesem ganzen Plastikkram, sagte sie in ihrer Konsumwelt. Aber wir wollen es ja. Und ich habe schon Glasstrohhalme gehabt. Ich hatte auch schon Pappstrohhalme mal probiert. Und das hier ist jetzt aus Pasta. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Wahnsinn. Also, ich liebe, ich liebe Makaronis pur essen, Leute. Und das hier ist ein Strohhalm. Also, dass man die als Strohhalm benutzt, hat man als Kind ja ab und an auch wirklich mal gemacht. Da bin ich bei meiner Ma an das Regal gegangen, beziehungsweise an die Schublade. Habe es aufgemacht, habe mir dann so eine einzelne Makaroni rausgenommen und habe dann daraus quasi meine Milch zum Beispiel mal geschlürft. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das super witzig ist. Vor allem, wenn man nachher diese Nudel dann isst. Und wenn man was Warmes damit getrunken hat, dann ist sie ja auch richtig schön aufgeweicht, ne? Ich habe es geliebt. Also, ich sehe hier auch, dass wir hier eine Dose drin haben. Deswegen werde ich die noch gleich mit euch zusammen mal verwenden. Komm, wir nehmen jetzt mal direkt die Dose raus. Finde ich super interessant. Also, das ist so back to the roots für mich. Und zwar haben wir hier von Rauchjuice Bar Sparkling Water and Fruit Orange Maracuja. Und da ist kein zusätzlicher Zucker mit dabei. Das ist eine ziemlich große Dose. Da haben wir drin 330 Milliliter. Und, ähm, ja, die machen wir doch jetzt mal auf. Das finde ich cool. Macht ihr das auch immer, dass ihr da oben erst draufkloppt, wenn da irgendwie Kohlensäure oder sowas drin ist? Weil ihr denkt, dass das dann quasi nicht so explodiert? Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich mache das. Und da gibt es ja diesen Trick. Weiß ich nicht, kann das drehen? Ich glaube, genau, dann dreht man nämlich dieses Ding hier. Also, das, was da, ne, was das Ganze ja verschließt. Und dann kann man den Strohhalm ja immer nehmen und da durchstecken. Oh, oh, oh. Okay, da kommt nämlich schon ein Produkt hoch. Ich, äh, finde es gerade voll großartig. Also, das passt super zusammen. Das ist mal geil, oder? Ich finde es großartig. Und lecker vor allem. Das ist nicht so, überhaupt nicht süß, aber auch jetzt nicht sauer oder so. Und du schmeckst auf jeden Fall diese leichte Orange, so ein bisschen Zitronik schmeckt das dann auch. Und dann noch diese fruchtige Maracuja. Also, das ist super, super lecker. Mhm. Das habe ich hier natürlich noch ein bisschen Lippenstift dran. Aber hey, das finde ich richtig klasse. Unter meinem letzten Yoga Junkies Unboxing hatte der liebe Tyler und die liebe Hannah auch mitkommentiert, ganz fleißig. Und, ähm, es wurde immer wieder geschrieben, hey, gibt es vielleicht auch eine günstigere Variante von der Box? Es ist tatsächlich in Arbeit. Also, das finde ich super interessant. Es wurde dann quasi in meinen Kommentaren gelauncht, sage ich mal, dass aktuell eine solche Variante in Arbeit ist. Und das finde ich auch ziemlich spannend. Ne? Gut, wir gucken jetzt einfach mal weiter, was sich hier noch weiteres drin befindet. Und wir haben, nein, ich wollte ja neben der Box gucken. Wir haben eine Tasche. Und die finde ich schön. Die hatte ich direkt, nämlich als ich den Karton aufgemacht habe, habe ich einfach diese Tasche gesehen. Und da habe ich gedacht, hm, was habe ich denn da bestellt, ne? Und dann habe ich das ausgepackt und habe direkt die Box gesehen und mir gedacht, ja, wie geil ist das denn? Das gehört einfach zu der Yoga Junkies Box. Und, äh, ja, das ist eine 1A Einkaufstasche. Richtig schön. Also, die finde ich klasse, ne? Die ist total sommerlich. Die kannst du aber auch einfach nehmen als Handtasche, ne? Richtig geil. Und jetzt gucken wir mal rein. Okay, die ist hier auch mit so einem Druckknopf verschlossen. Kann man so aufmachen. Na, so. Ach, aufregend. Okay. Und hier hast du sogar einen Boden mit drin. Leute von heute, das finde ich super klasse. Das ist ein versteckter Boden. Das heißt, wenn du da was reinmachst und dann die Tasche so auf den Boden stellst, dann steht die auch. Das finde ich auch gut, ne? Das finde ich toll. Und da ist halt auch noch eine Innentasche drin, dass sie das natürlich nicht nach draußen abhaut. Und da ist noch... Wie zeige ich das denn jetzt am besten? Das ist immer so schwierig, ne? Da ist auch noch hier eine richtige Innentasche drin. Also quasi so eine Tasche, wo du dann so kleinere Sachen reinmachen kannst, ne? Dein Handy oder so. Mensch, das ist toll. Das ist eine schöne, 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 schöne Tasche. Ich mag solche Umhängetaschen, die so ein bisschen im Boho-Style sind. Das passt einfach auch zu mir, ne? Wenn ich dann... Ich mache das gerne, dass ich zum Beispiel mir so ein weißes Top oder T-Shirt anziehe und dann so einen bodenlangen Rock einfach. Und das ist dann halt auch so ein bisschen mein Style, wie ich dann auch zum Beispiel auf der Arbeit bin und so. Und dazu dann so eine Tasche. Komm, die müssen wir uns mal jetzt in groß angucken. Und das ist natürlich das Accessoire, was auch angeteasert wird. Das ist total schön. Also mir gefällt das und man sieht es ja auch, es passt zum Outfit. Es ist einfach so universell, ne? Hier kannst du es dann wieder zuziehen, damit dir nichts rausfällt. Das gefällt mir. Das finde ich echt schön. Und halt, wie gesagt, ob du es zum Einkaufen nimmst oder ob du es einfach so zum Weggehen nimmst. Mir gefällt die Tasche gut. Doch, die ist schick. Ach, dieser Korbstoff, ne? Das ist irgendwie auch so... Ich finde das schön. Klasse, klasse, klasse. Also das ist so, bislang jetzt auch hier so... Ich meine, ich habe jetzt erst mal drei Produkte mir angeguckt, aber bislang mein Highlight hier in der Box, ne? Hat die Tasche vielleicht irgendwie eine spezielle... Ich weiß nicht, aus welchem Material das ist. Dieses gewebte. Eine Strohstrandtasche. Wow. 29,99. Solche Produkte kannst du übrigens auch öfters mal bei Yoga Junkies selbst auf der Homepage kaufen. Da kann man in dem Shop mal stöbern. Wobei das ist jetzt... Ich weiß nicht, ob das eine Yoga Junkies Exclusive Tasche ist. Ich suche mal im Internet. Ob für einen Tag am Strand oder für einen Ausflug in die Wildnis. Diese Tasche ist perfekt für all deine wichtigsten Utensilien. Hergestellt aus natürlichem Stroh und veganem PU-Leder, wird diese Tasche dein neuer Reisebegleiter. Genau, also das ist quasi Kunstleder, ne? Aus Polyurethan. Das hier, dieses braune. 1A. Finde ich mega schön. Also auch von der Länge her, von der Größe her. Perfekt. Also, geil. So, jetzt nehme ich das raus, was ich eben schon rausnehmen wollte. Und zwar, das hier kriegst du bestimmt in dem Yoga Junkies Box, äh, Shop selber. Das ist so ein kleines Produktchen. Oh, schön. Da ist so ein Ring drin. Mega. Oh, guck mal. Ist der nicht schön? Der gefällt mir. Das sind so Federn. Oh, ich mag hier solche aufregenden Ringe total gerne. Dann hier so, an dem Finger. Vielleicht lasse ich den wirklich am kleinen Finger hier, ne? Dann habe ich hier, so. Wird auf jeden Fall zu meiner Ringauswahl passen. Oh, das mag ich. Ohne Witz jetzt, den mag ich richtig, richtig gerne. Der gefällt mir. Der ist halt dieses offene. Ich mag das so gerne. Man sieht es ja auch in diesem Ring. Den habe ich mir mal irgendwann von Goodie Do geholt, ne? Und ich mag einfach dieses offene hier. Das sieht so schön aus. Ich weiß nicht, ob der sich, ja, der lässt sich sogar Größen verstellen. Das finde ich auch klasse. Das heißt, dass man den, also theoretisch könnte ich den auf einen anderen Finger auch machen. Aber da gefällt er mir eigentlich hier richtig gut. Oh, schön. Den, also, den lasse ich jetzt auch direkt so dran. Ähm, klasse. Ich weiß noch nicht, was das für ein Material ist. Das gucken wir uns gleich mal an. Oh, ich feiere den gerade so. Ich kann gar nicht auf, wenn den anzugucken. Mega schön. Wow. Der ist sogar aus Silber, Leute. Ähm, Yoga Junkies Feder... 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 Ring? Feder... Ring? Ein Federring. Aus 925em Sterling Silber. In vielen Kulturen stehen Federn als Symbol für die Verbindung zu spirituellen Mächten und zur Göttlichkeit. Weiters waren sie wegen ihrer Verbindung zu Vögeln ein Symbol für Freiheit. Nicht nur physisch, sondern auch mental oder spirituell. Wie ein Vogel, der durch den grenzenlosen Himmel emporsteigt und seinen Blick auf alle Dinge von oben hat, symbolisieren Federn die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und das große Ganze zu sehen. Mega geil. Also das ist geil. Wirklich, wirklich geil. Der kostet im Shop 19,99 und ich finde den echt gut, ne? Also der ist toll. Der ist so hübsch. Ich mag den. Der passt auch einfach, der passt zu mir. Und deswegen bleibt er jetzt auch bei mir und bleibt auch so dran, ne? Ich mag den. Und jetzt gucken wir mal weiter. Und zwar haben wir hier der Original Make-Up-Rattierer, entfernt Make-Up nur mit Wasser. Das ist die limitierte Sommeredition. Und zwar ist das die gelbe Version. Richtig schön. Ich glaube, ich habe den in Pink, also die reguläre Variante davon. Ich glaube, ja. Und die finde ich richtig praktisch, wenn du halt full face geschminkt bist, dass du dich dann einfacher damit abmachen kannst, ne? Dass du dich da vor allem mit abmachen kannst, dass du besser das Make-Up runter bekommst. Und vor allem, ja, es funktioniert auch nur mit Wasser. Aber nur solange du den nicht irgendwie in den Trockner packst oder so. Und da ich nun mal irgendwann meine Produkte in den Trockner packe, weil ich eine faule Socke bin, muss ich halt irgendwann ein anderes zusätzliches Reinigungsprodukt fürs Gesicht dazu nehmen. Und ja, den habe ich auch. Der ist so schön feich, Leute. Das ist so schön groß. Wirklich geil, oder? Das ist genial. Und ich mag auch dieses Gelbe. Natürlich, je heller diese Tücher sind, desto eher verfärben die sich natürlich. Natürlich, auch mit der Zeit. Aber ich mag das. Gelb ist auch die Lieblingsfarbe von meiner Mama übrigens. Echt klasse. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, und so ein Make-Up-Partierer kann man immer gut gebrauchen. Ja, hier steht es auch drauf. Du sollst es eigentlich nur bei 40 Grad waschen, keinen Weichspüler benutzen und nur Luft trocknen lassen. Nicht bügeln oder bleichen. Ja, ich wasche die meistens bei 60 Grad und benutze Weichspüler, beziehungsweise je nachdem, ne, ob ich mein Waschball benutze oder ob ich mein normales Waschprogramm durchsühe. Je nach Verschmutzungsgrad der Wäsche, sag ich mal, mache ich das immer. Oder je nach Bauchgefühl. Und, ähm, ja, hier ist auch ein 25% Rabattcode auf deine Bestellung, ähm, aber das ist nur für Yoga-Junkies. Das steht hier explizit drauf, deswegen, nö, ist das geheim, geheim. So, dann haben wir hier etwas drin. Fancy Pants Yoga. Always Happy Hour. Das ist etwas, das muss ich mir gleich durchlesen. Genau, da bekommst du einen Monat gratis, wenn du halt diese Box entsprechend in deinem, ne, in deinen Händen hältst. Den darf man nicht heilen. Ähm, das heißt, hier haben wir auch noch einen Gutschein für einen Monat gratis Yoga-Online-Kurs. Und das finde ich cool, weil ich möchte das mal austesten. Und dann werde ich das mal austesten. Mit FancyPantsYoga.Online hast du dein Yoga-Studio jetzt immer bei dir. Für deine persönliche Yoga-Praxis, wann und wo du möchtest. Alle FancyPants Yoga-Stundenformate. Unlimited Abo- oder Einzelvideos. Klassen mit unterschiedlichen Längen und Themen. Wöchentlich neue Videos. Äh, Stunden, Themen, Stunden, Themen. Ja. Auch nach deinen Wünschen produziert. Mit unserer Mitgliedschaft bekommst du für den gewünschten Zeitraum unlimitierten Zugang zu allen Yoga-Klassen, Workshops und Specials. Wow, das finde ich aber echt cool. Denke heute Abend direkt mal einlösen und dann mal gucken. Und dann ernsthaft. Wir haben eine Yoga-Matte. Ich habe schon das ein oder andere Utensil aus Yoga-Boxen hier. Und dann werde ich eskalieren. Vielleicht nehme ich euch auf Instagram mit. Ich muss mal gucken. Wenn ich es hinkriege. Ich weiß aber nicht, was so ein Monats-Abo kosten würde, weil das wird garantiert ja auch beim Gesamtwert auch mit berücksichtigt werden. Nee, das ist hier nicht mit drin abgebildet. Okay, das ist dann ein separater Gutschein, der da mitgegeben wird. Aber was ich hier jetzt gesehen habe, The Art of Living and Balance, das ist ein E-Book, was man hier auch noch mitbekommt. Und genau, da ist auch ein QR-Code, den man dann scannen kann. Und dann bekommt man quasi das E-Book für Umme. Also das ist quasi auch Teil der Box. Finde ich ziemlich interessant, dass das Ganze so innovativ ist, dass die halt auch so diese E-Book-Geschichte mit dabei haben. Die Frage ist natürlich, inwiefern man das nutzt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Da standen jetzt gerade auch irgendwie 84 Seiten. Hat dieses Buch dann insgesamt, ich habe jetzt kein E-Book-Reader, ich habe mein Handy. Was bedeutet es, einen gesunden Lebensstil zu leben? Was sind die Grundvoraussetzungen für ein glückliches, gesundes Leben in Gleichgewicht? Als ich vor zehn Jahren anfing, mir diese Fragen zu stellen, begann meine persönliche Reise und eine Transformation meines Lebens. Es gibt keine magische Pille, um sich großartig zu fühlen. Jedoch können dies einfache Gewohnheiten wie tägliche Bewegung oder eine Ernährung aus frischer Vollwertkuss erzielen. Wenn ich das mal umsetzen würde, ne? Wie du auf deiner eigenen Reise entdecken wirst, gibt es bei dieser Art zu leben zahlreiche Vorteile. Ich habe meine Erfahrungen der letzten Jahre in einem E-Book zusammengefasst, um dir einen Leitfaden zur Verfügung zu stellen, der dir hilft, deine eigene Art eines gesunden Lebensstils zu erschaffen und die fitteste, gesündeste und glücklichste Version von dir selbst zu werden. Auf 84 Seiten erwarten dich hilfreiche Tipps und Tricks rund um die Themen gesunder Lebensstil, Ernährung und Bewegung, 25 gesunde pflanzenbasierte Rezepte, ein siebentägiger Ernährungsplan, zwei verschiedene Homeworkouts inklusive Übungsanleitung. Es ist eigentlich eine ganz witzige Kiste, denn mein Freund und ich sind gerade sowieso auf diesem Trip, dass wir sagen, wir möchten ein paar Dinge hier einfach auch zu Hause reduzieren. Also das ist, es fängt an mit, wir möchten keine Cola mehr kaufen, also da haben wir uns von distanziert und haben halt Schorle als Ersatz. Dann haben wir gesagt Chips und Schoki, dass wir das halt auch wirklich reduzieren. Ich persönlich kaufe zum Beispiel keine Chips mehr für mich. Ich esse dann Salzstangen oder dieses Salzbrezel ganz gerne als Ersatz. Von Schokolade kann ich mich nicht trennen, das ist einfach zu schwierig. Nicht einfach, um gesünder zu werden, weil ich merke das zum Beispiel an meiner Haut, dass meine Haut aktuell sagt, du Claudi, ganz ehrlich, du solltest mal irgendwie den Arsch hochkriegen und irgendwas machen. Ich muss gesünder leben, ich muss auch irgendwas machen, weil ich mache ja so wenig Sport, aber ich muss es tun. Wir informieren uns aktuell auch so ein bisschen, was Fahrräder angeht. Wir haben nämlich keine Fahrräder und wollen uns jetzt welche kaufen. Wahrscheinlich werden es aber E-Bikes werden. Ja, trotzdem, aber halt, dass man da auch irgendwie sich einfach mal so ein bisschen gesünder im Leben verhält. Und vielleicht hilft mir dieses E-Book auch dabei. Also deswegen, ich bin da gerade ziemlich offen für diese Produkte und für diese Informationen, für diesen Input, den ich dann bekommen werde und sehr, sehr dankbar drüber. Und jetzt machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Als nächstes haben wir etwas drin von Daily Concepts. Und die Marke ist mir schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Das hier ist jetzt etwas, was ich noch nie gesehen habe. Daily Lip Scrubber. Das ist ein Lippenpeeler. Ja, das finde ich cool. Ich persönlich benutze auch Lippenpeelings. Da habe ich auch immer wieder so, ja, Lip Scrubs oder halt, ja, Produkte halt, ne, mit denen ich meine Lippen peelen kann. Es sind Lip Scrubs, es ist nichts anderes als ein Lip Scrub, genau. Und das hier ist ein Produkt, was man damit zusätzlich verwendet. Finde ich gut. Ich habe das bislang immer so gemacht, dass ich das auf die Lippen drauf gemacht habe und dann mit den Lippen so gebabbelt habe. Problem, das Produkt rutscht dir irgendwann in den Mund rein. Ich habe keine Ahnung warum, aber wahrscheinlich durch diese Bewegung, die man damit macht, kommt es dann in den Mund. Und das hier würde das dann verhindern. Ich mag solche Tools ja voll gerne. Und das ist ja... Geil. Es ist vor allem erstmal rosa-pink, was eins an zur Box übrigens auch passt, ne. Also ich finde es großartig. Und, äh, okay, dann kannst du das entweder so halten. Ne, das macht keinen Sinn. Kannst dir deinen Finger reinmachen. Und das dann hier halten. Und dann über die Lippen gehen. Geil. Oh, das ist super angenehm. Das fühlt sich so wie so eine Foreo-Bürste an, ne. Das finde ich cool. Das ist schön. Das sind ganz, ganz softe Gumminoppen hier dran. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, was das hier hinten drauf ist. Das Design sieht aus wie ein Gesichtchen, oder? Ich finde es süß. Ja, cool. Den werde ich auf jeden Fall verwenden, denn heute Abend werden meine Lippen gepielt. Das ist immer ganz gut. Gut, nice, da stehe ich drauf. Gut, ähm, dann haben wir hier noch etwas kosmetische Geschichte. Richtig gut. Das hat so gerochen. Refern, Parfüm und Kosmetik aus der Natur, handgemachte Seife, äh, Glycerin-Seife mit Früchten und Kräutern. Und, äh, ja, das ist eine mega schön. Ich sehe es gerade von hinten, Leute. Ui, ist die schön, oder? Mag ich gerne leiden. Das ist eine handgemachte Seife. Mega geil. Boah, richtig gut. Sind das Rosen? Oh nein, guck mal. Das sind so Rosendinger. Mega schön. Ne? Also, ich habe das ja bei uns im Wechsel tatsächlich, dass ich, ähm, Stückseife und Flüssigseife nehme. Jetzt aktuell ist meine Flüssigseife halb leer und danach wird die dann genommen werden, denke ich mal, weil die so schön aussieht. Und weil die so gut riecht. Die riecht überhaupt nicht aufdringlich oder so. Die riecht super angenehm. Oh, die gefällt mir. Die mag ich gerne leiden. Das ist klasse. Ich weiß jetzt nicht, was da noch weiter mit drin ist. Wir gucken hier einfach mal in das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, rein. Ob da noch weitere Informationen zu drin enthalten sind. Und Refahn ist ein führender Hersteller in Europa des Parfums und Kosmetik aus der Natur. Die Hautpflege und Kosmetikprodukte beinhalten größtenteils das berühmte Öl der Damascener Rose aus Bulgarien. Fast so teuer wie Gold. Wow. Aber auch zahlreiche andere wichtige Bestandteile wie zum Beispiel Schneckenextrakte, Stammzellen der Gardenie, ich kann nicht lesen, Olivenöl, zahlreiche Vitamine, Shea, Karité-Butter, Magnolien, Lavendel, Joghurt, Zitrusfrucht, Zedernholz, Teebaumöl und vieles mehr. Ach, cool. Heute stellen wir euch ein besonderes Produkt von Refahn vor. Handgemachte Seifen im 1kg-Block mal erhältlich? Hä? Handgemachte Seifen im 1kg-Block. Schon sowas gesehen. Die kannst du im 1kg-Block kaufen? Es ist ja nicht ein Kilo hier. Alles krass. Okay, krass. Ich schaue mir mal den Online-Shop gleich auch an. Diese Seifenkompositionen werden ausschließlich von Hand gefertigt. Sie bestehen aus Glycerin und verschiedenen Früchten oder Kräutern aus der Natur. Unglaublich toll anzusehen. Man möchte sie am liebsten essen. Duften so intensiv nach Rosen, Melonen, Aprikosen, Granatäpfeln, Grapefruits, Passionsfrüchten, Kirschen, Heidelbeeren, Äpfeln, Flieder, Nelken, Lavendel, Zedernholz, Feigen und so weiter. Und entwickeln in Verbindung mit Wasser einen sehr cremigen Schaum. Refahn stellt 28 verschiedene Seifen im Block zu 1kg her. Und speziell für deine Box hat Regan sie in 10 DKG-Scheiben geschnitten. Erhältlich sind diese Seifenschnitten und noch rund 450 weitere Artikel im offiziellen Österreich-Onlineshop von Refahn. Okay, ja, ich verlinke euch auch mal unten den Online-Shop von denen. Sieht super schön aus. Auch was, also diese Werbebilder hier, ne. Guck da, also, das finde ich voll schön. Das flasht mich. Ich mag das auch, wenn das hübsch aussieht. Weil sonst hast du das bei Stückseife, dass die auch gerne einfach össlich aussieht. Aber man möchte das ja auch irgendwie so ein Stück weit dekorativ haben. Und da die halt nicht mit Verpackung punkten können, sage ich mal. Weil es ja einfach so dann in der Seifenschale liegt. Finde ich das klasse, wenn dann einfach designtechnisch auf das Produkt da drin auch gesetzt wird. Also ich habe euch ja auch eingeblendet, was dieses Produkt dann kosten wird. Ich bin da auch super gespannt drauf. Und ja, freue mich drauf, das zu verwenden. Geil. Stückseife, dass ich mich mal so darüber freue, ne. Creepy. Gut, dann habe ich hier schon das letzte Produkt in der Box. Und dann sind wir schon durch und haben insgesamt zehn Produkte tatsächlich. Und zwar ist das Boundless Activated Snacking Orange, Ginger and Maple. Nuts and Seeds. Also Nüsse und Saaten. Orange im Ingwer und, was ist Maple? Das scheinen auch kleine Stückchen zu sein. Das passt dann halt auch in dem Sinne, wenn ich sage, ich möchte meine Ernährung ein bisschen umstellen. Dass man halt einfach auf so einen Snack zurückgreift. Um einfach diesen Nepp halt wegzukriegen, ne. Weil manchmal hat man einfach richtig Bock auf irgendwas Süßes, Salziges. Wie auch immer. Hier sehen wir dann, wie die Mischung quasi auf der Hand aussieht. Ciao. Und ja, das sind halt so einzelne Bestandteile. Da hast du auch so Kürbiskerne mit drin. Und keine Ahnung, was das alles ist. Also das wird ja Orange, Ingwer, Maple, Nüsse und Saaten sein. Oh, lecker. Das war jetzt irgendwas Nussiges. Mh. Hat auch so was leicht Rauchendes. Mega lecker. Und diese aufgeploppten Kürbiskerne sind auch super, super lecker. Mag ich auch gerne so über Salat drüber. Mh. Und da trinken wir uns doch mal einen Drink drauf. Hier wird der Strohhalm übrigens schon so ein bisschen weicher. Und ich liebe ja, wie gesagt, ne. Oh. Das ist mein Style. Mega. Also die Box war sehr, sehr abwechslungsreich. Und hat mir echt gut gefallen. Du hast auch sehr, sehr praktische Dinge mit dabei. Ich weiß nicht. Das sind... Ich finde dieses Gefühl einfach schön, was rübergebracht wird. Dieses Ganze runterkommen, chillen, fliege einfach weg. Ich stehe drauf. Ich mag das. Also vielen Dank, Hannah und Tyler. Es hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ich bin gespannt, was die nächste Box bringen wird. Denn diese Box war echt ein Knaller. Das war echt cool. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass mir gerne unten in den Kommentaren deine Einschätzungen zu den Inhalten in der Box da. Dass wir einfach drüber reden, dass du deine Meinung äußerst und so gerne konstruktive Kritik äußern. Dass man einfach schauen kann, was kann gegebenenfalls verbessert werden. Was hat dir gefehlt und so weiter. Wäre richtig cool. Denn ich weiß, dass Hannah und Tyler auch mitlesen. Und dann würden die auch da eure Verbesserungsvorschläge auch lesen können. Das finde ich immer super, super wichtig. Und wie gesagt, für mich hätte die Box nicht besser sein können. Ich finde sie 1A. Es ist alles drin, was man gebrauchen kann. Es ist Kosmetik drin. Es ist Lifestyle drin. Es ist Food. Es ist Schmuck. Es ist alles geil. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Für dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.